KUTAN Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Heute am 9. September kam es zu einem Gefahrstoffaustritt bei der Firma Südzucker in Offstein im Landkreis Alzey-Worms. Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr Leininger Land über den Gefahrstoffaustritt informiert. Beim Eintreffen der Wehr wurde der Austritt von 96%iger Schwefelsäure aus einer Leitung, die ein Leck hatte, festgestellt. Die Mitarbeiter von Südzucker hatten bereits den Zulauf zur defekten Stelle gestoppt. Wie viel der hochprozentigen Säure ausgelaufen ist, konnte man noch nicht genau bestimmen. Nach ersten Schätzungen dürfte es sich um 4.000 bis 5.000 Liter handeln. Herr Ittl, könnten Sie kurz unseren Zuschauern erklären, was hier heute passiert ist? Wir wurden um kurz nach 14 Uhr alarmiert zu einem Gefahrgut-Austritt von ca. 5 Kubikmeter 96%iger Schwefelsäure. Daraufhin wurde mit diesem Einsatz, Stießschwort, auch der Gefahrstoffzug des Landkreises Bad Dürkheim in Abruf gesetzt. Und wir haben dann mit den Teileinheiten Nord und Süd sowie der Dekoneinheit den Einsatz begonnen abzuarbeiten. Es wurde auch der Fachberater der Evonik in Worms dazu geholt, der uns behilflich war in der Abarbeitung. Insoweit, dass die Firma Indutek jetzt hier die E-Stelle angefahren hat und mit einem Spezialsaugwagen diese ausgetretene Frühstück aufnimmt. Bestand Gefahr für die Bevölkerung oder für die Mitarbeiter hier im Werk Südzucker? Laut Aussage der Werksleitung hat zu keiner Zeit Gefahr für Mensch und Personen irgendwie und Tier bestanden. Aufgrund der Wetterlage wurden Dekontaminierungsmaßnahmen eingeleitet. Denn bei Regen hätten sich ätzende Gase sowie Brandgase bilden können. Der Einsatz ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Im Einsatz waren neben den Wehren aus der Region auch die Rettungsdienste. Für MAN News vor Ort war Matthias Brand. Metropolregion Rhein-Neckar News wird nachberichten. Ein Sonderlob geht an die Werksleitung der Firma Südzucker für die vorbildliche Zulassung einer transparenten Pressearbeit.